Heute melden wir uns nochmal zu Zeiten des Nachtmagazins. Heute mit diesen Tagesthemen dann Die neue Partei, wir 2020, rettet so Deutschland vor den Coronas, den Schweinegrippen und ähnlichen Dingen. Zukünftig, die gefährlichen Irrtümer von Markus Krall, Christian Felber, GWÖ und so weiter. Ja, und dann hier vielleicht erst einmal, hier unser Tagesbildchen wollen wir doch nochmal dazu tun. Ich glaube, so können wir es ungefähr lassen. Und ja, dann beginne ich doch mal damit, wie ich so gerne die Verhandlungen mit wir 2020 eröffnen würde. Und dann kommen noch irgendwelche Kurznachrichten nachher und so weiter. Aber ich beginne, heute beginnen wir damit, wie könnte die Eröffnung einer Kurzansprache an die Partei Wir 2020 beginnen in den kommenden Verhandlungen. Ja, erst einmal, wenn wir uns klar machen, wenn wir uns die Entscheidung vor Augen halten, soll der Arzt in Zukunft weiterhin belohnt werden, Und je öfter ich krank werde und je öfter wir krank werden und je öfter er uns operieren muss, uns behandeln muss, uns impfen muss, uns testen muss und so weiter. Also, sozusagen, da steht ja die Frage im Raum, könnte es da nicht eine Entwicklung hin dazu geben, dass wir als Gesunde gar nicht erwünscht sind, sondern dass wir eher, ja, fast schon krank sein sollen, damit mehr Umsatz generiert werden kann. Also, ist das nicht irgendwie eine unangenehme Situation? Das nennen wir die Situation der Fehlanreize, sodass der Arzt also nicht belohnt wird, je gesünder wir uns entwickeln und je seltener wir krank werden. Also, der Arzt wird im Moment ja nicht belohnt für Krankheitsverhinderung und für aktive Gesundheitsförderung, sondern nur das Verkaufen von Behandlungen, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Schluck Wasser. Also, finden wir es besser, wenn der Arzt ganz gezielt und ganz, was natürlich sehr gekonnt gemacht werden muss, dass der Arzt gezielt belohnt wird, wenn er messbar und nachweisbar Gesundheit fördert, Krankheiten verhindert und damit auch der Volkswirtschaft riesige Schäden verhindert und einspart und damit auch zum wirtschaftlichen Erfolg beiträgt. Ja, da würden jetzt wahrscheinlich viele antworten, Ja, das ist ja ganz gut, das wäre bestimmt besser, aber der Arzt hat ja auch den Eid des Hippokrates geschworen und er wird schon auch so sich bemühen, ziemlich viel für die Gesundheit der Menschen zu tun und so weiter. Und natürlich wäre es dann besser, wenn er noch gezielt belohnt würde dafür, durch positive Anreize, dass er das auch noch mehr tut und so weiter. Aber deswegen dann den ganzen Staat so im großen Stile umbauen, nur für so eine, ja, vielleicht überschaubare Verbesserung? Ja, dann muss ich darauf antworten, genau das ist der große Irrtum, an dem diese ganze Welt hängt. Dass man denkt, der Unterschied zwischen den positiven Anreizen und den Fehlanreizen, den negativen Anreizen, hätte nur kleine Unterschiede zur Folge. In Wirklichkeit sind die Unterschiede wahrscheinlich sogar hunderttausendmal größer, als man denkt. Und warum können wir das nicht sehen? Warum kann der normale Bürger das nicht sehen? Schluck Wasser? Weil wir ein extrem schlecht gesteuertes, von Fehlanreizen gegeißeltes Bildungssystem haben. Und aufgrund dieser gesamten Fehlanreizkonstellationen im Bildungssystem, haben wir auch ganz falsche Bildungspläne. Wir lernen überhaupt keine richtige Erdkunde, keine richtige Biologie und wir lernen keine richtige Weltkunde, keine richtige Sozialkunde, nichts. Wir lernen eigentlich gar nichts in der Schule, was irgendwie Bedeutung hätte. Wir lernen ja heutzutage noch nicht mal mehr richtig sprechen, lesen und schreiben und rechnen. Und wir lernen ja auch andere Fähigkeiten, die wir für eine zukünftige berufliche Tätigkeit brauchen würden, lernen wir auch nicht mehr richtig. Wir lernen ja gar nichts mehr richtig. Aber entscheidend ist, dass wir auch das, was ich eben so genannt hatte, bei uns früher hießen diese Fächer Erdkunde, als ob wir, stellen Sie sich vor, wir nehmen die letzten sieben Tage und sehen das als die Geschichte der Menschheit an, die letzten sieben Tage. Und dann erzählen wir detailliert, was diese letzten sieben Tage in unserem Leben so passiert ist und dann versuchen wir, sagen wir, jetzt haben wir alles, was wir brauchen, um das Wesen der Weltgeschichte zu verstehen. Die letzten sieben Tage. Und das ist das Dilemma. Und deswegen, der normale Bürger hat gar keine Chance, die Wahrheit über die Welt zu erfahren. Und deswegen möchte ich jetzt darauf eingehen, dass ich erzähle, das, was wir in der Schule nicht gelernt haben, versuche ich in wenigen Minuten abzureißen. Und zwar, indem ich die Fragen stelle. Und natürlich alle die, die schon viele Sendungen von uns geschaut haben und unsere Homepages gelesen haben, die können das natürlich sofort aus dem FF beantworten. Aber alle die, die noch nie eine Sendung von uns gesehen haben, versuchen Sie mal, innerhalb einer Sekunde zu antworten. Ich gebe dann schnell die Antwort. Und seien Sie ehrlich, wenn Sie es nicht sofort gewusst haben, dann wussten Sie es halt auch einfach nicht. Dann haben Sie es eben nicht in der Schule gelernt. Ja, und ich fange an. Hier. So, erste Frage. Wann, also wie nennt man denn den Anfang unserer Welt? Urknall. Haben Sie es gewusst? Ja oder nein? Seien Sie ehrlich. Wann war das? Vor 13,8 Milliarden Jahren. Das ist 13,8 mal 1000 mal eine Million Jahre. 13,8 tausend Millionen Jahre. Ja, das ist unvorstellbar lang her. Wie heißt unsere, wo leben wir, in welcher Galaxie leben wir? Milky Way, Milchstraße, haben Sie es gewusst? Wann entstanden? Vor 10 Milliarden Jahren. Hätten Sie es gewusst? Unser Sonnensystem, wann entstanden? Sonne, Mond und Erde. 5 Milliarden Jahre. Hätten Sie es gewusst? Entstehung von Leben, Desoxyribonucleinsäure und so weiter. Der Aufstieg des Lebens. Wann? Vor 3.500 Milliarden Jahren. Hätten Sie es gewusst? Seien Sie ehrlich. Nächstes Großereignis in der Geschichte unserer Urgroßmütter und Urgroßväter. Das sind ja alles Urgroß. Eigentlich ist hier alles sind unsere Urgroßmütter und Urgroßväter, denn sie waren unsere Vorfahren. Also wenn Sie in einer Kette zurückgehen von Urgroßmutter zu Urgroßmutter zu Urgroßmutter landen Sie irgendwann bei den ersten Einzellern und irgendwann vor 3,5 Milliarden Jahren bei den ersten sich replizierenden Molekülstrukturen. Schluck Wasser. Unvorstellbar, dass unsere Ur-Ur-Urgroßmutter ein Molekülfaden war, der sich selbst replizieren konnte, wieder verdoppeln konnte. Was ist das nächste Großereignis? Aussterben Dinosaurier, Meteoriteneinschlag, Aufstieg der Säugetiere. Haben Sie es gewusst? Wann? Vor 65 Millionen Jahren. Also ich gehe mal hier hin, 65 Millionen Jahren. Wir sind also jetzt von 3.500 Millionen Jahren auf 65 Millionen Jahre, also ganz nah herangerückt an uns. Und was passierte dann? Die Säugetiere begannen raufzukrabbeln auf die Bäume und verwandelten sich allmählich in Affen, das heißt, passten sich durch das Naturgesetz von Mutation und Selektion an die Bäume an. Und wann könnte man ungefähr davon sprechen, von den, von sehr menschenähnlichen Urgroßeltern, wann könnte man da ungefähr beginnen? ca. 13,8 Millionen Jahre. Ungefähr in dem Bereich. Hätten Sie eine Zahl in diesem Bereich im Kopf gehabt? Seien Sie ehrlich. Und 13,8 Millionen Jahre, da müssen wir davon ausgehen, dass wir es also mit einem, quasi einem Gorilla, mit großen Eckzähnen, wie bei den Löwen, die so Eckzähne haben, zu tun haben, auf den Bäumen, nur jagen Gorillas nicht, sondern die Eckzähne dienen dem Rivalenkampf und der Durchsetzung ihrer eifersüchtigen Empfindungen. Und dann, was passierte dann? Hätten Sie es gewusst, die Vorfahren begannen immer öfter auf Ästen zu laufen, bereiteten sich so auf den aufrechten Gang vor, vielleicht sogar auch das Warten im Wasser auf zwei Beinen war ein Training in diese Richtung. Und wann entstand, so ungefähr in welchen Größenordnungen entstand dann der aufrechte Gang? Ungefähr hier so in diesem Bereich, ja, 8, 7, 6, 5 Millionen Jahre aufrechter Gang. Und was ist dann das nächste große, entscheidende Sache in der Menschheitsevolution und wann? Das hier vor vier Millionen Jahren dann feststehende Verschwinden der Gorilla-artigen Eckzähne, also hier, hier, aufrechter Gang entwickelt sich allmählich genetisch, also Mutation und Selektion. Allmählich werden, vermehren sich alle Mutationen, Mutanten erfolgreicher, die mit dem aufrechten Gang besser zurechtkommen als andere. und ja, eben hier dann Verschwinden der Eckzähne. Was ist das für ein Zeichen? Dass also wir offen werden müssen, wir müssen ja völlig freiheitlich denken, ja, jeder darf mit in der Lebensform leben, die er möchte, man darf als Nonne, als Mönch leben, als Asexueller, man, alle Lebensformen sind okay in einer freiheitlichen Gesellschaft und wir müssen uns nur dafür öffnen, dass vor vier Millionen Jahren also Eifersucht, die genetischen Aspekte von Eifersucht und Rivalenkampf ausgestorben und verschwunden sind. Dann ist halt die Frage, warum die Menschen heute so eifersüchtig und so rivalisierend sind, ja, das könnte ja kulturelle Ursachen haben, das könnte ja auch manipulative Ursachen haben, ja, also das lassen wir mal offen. Wir wollen nur den Freiheitsraum öffnen, dass vielleicht wir die Zahl der möglichen Lebensformen öffnen müssen, weil es vielleicht sein kann, dass wir für eine Lebensweise konstruiert sind, die parallel zum Bonobo ist, die Bonobos, Panpaniskus Bonobo sind sozusagen die Menschen der Bäume mit allen Eigenschaften, die ein Baumlebewesen braucht und wir sind die mit allen Eigenschaften, die ein Leben in der Graslandschaft braucht, sozusagen. Und das könnte ja sein, dass dann deswegen hier eine neue Lebensform, also eine Bonobo kommunistische Lebensform entstanden ist, ohne genetische Faktoren von Eifersucht und Rivalenkampf. das deutet immer darauf hin, dass höchstwahrscheinlich eine Gruppenehesituation entstanden ist, also ein echter Bonobo Kommunismus, das zweiten Bonobos entstanden ist, vor vier Millionen Jahren. Und optisch waren wir ja auch noch nicht so weit von ihm entfernt, also ja hier auch Bonobos können so in dieser Form durchaus auch aufrecht gehen. Also da war noch eine sehr große Ähnlichkeit und ja und dass das Ganze eben dann auch sehr friedlich und pazifistisch zuging, weil eben Gewalt im Lebenskonzept solcher Bonobo kommunistischen Strukturen eben nicht dazugehört. Ja, ich kann es ja gleich schon mal andeuten hier. Wo ist es? Also Bonobo Kommunismus, hier haben wir zum Beispiel 120 Frauen, Männer, Kinder und die Männer schenken alles, was sie finden, den Frauen und Kindern, den geliebten Frauen und Kindern ihrer Kommune und es gibt keine Schere zwischen Arm und Reich und keine Mächtigen, denn die Männer schenken ja alles weg, was sie finden, also keine Akkumulation, keine Schere zwischen Arm und Reich. Die Töchter, die geboren werden, gehen zu Beginn der Pubertät in die Nachbarkommunen, lieben sich dort ein, kriegen dort die Enkelkinder und man besucht dann die Enkelkinder, das sind rauschende Partys und so weiter und alles sehr glücklich, sehr liebevoll, sehr kooperativ, sehr pazifistisch und jetzt ist natürlich dann automatisch die Frage, warum sieht unsere Welt so anders aus und wir wollen zumindestens mit der Befreiung der Menschheit die Möglichkeit geben, dass einige Teile der Menschen wieder zurückgehen zu dieser Lebensweise und dann auch die Schere zwischen Arm und Reich wieder zusammen geht und so weiter, also das sollten wir im Hinterkopf behalten. Freiheit, wie gesagt, jeder darf als Mönch leben, als Nonne leben, als Asexueller, als Monogamer, als Christ, als sonst etwas und aber wir dürfen halt nicht mehr moralisch verbieten, dass Menschen auch in solchen Bonobo-kommunistischen Kommunen vielleicht dann leben wollen, wenn wir die Gesellschaft befreit haben, sozusagen. Ja, und dann sozusagen hier, das ist der nächste Punkt, was ist das nächste große Ereignis in der Menschheitsevolution? Wir waren hier bei vier Millionen Jahren. Vor 2,5 Millionen Jahren beginnt die systematische Produktion von Steinmessern und Steinhämmern und damit der Aufstieg der Technik, hätten sie es gewusst ist. Und damit wäre, das wäre vielleicht optisch dann so aussehend, ja, so Homo habilis vielleicht und da sieht man auch, da beginnt dann auch das Gehirn zu wachsen, sozusagen die Gehirngröße zu wachsen. Warum? Weil ich mir mit einem Steinmesser natürlich zusätzliche Nahrung verschaffen kann und die Kinder, die mit Genie, also die Menschen, die größere Gehirne haben, können dann auch dieses Gehirn ernähren und sterben nicht aus. Während früher alle mit den größeren Gehirnen ausgestorben sind, weil sie die nicht ernähren konnten, können sie das jetzt mit Hilfe der Technik in neue Nahrungsmengen umsetzen und dadurch können sie diesen Mehrbedarf an Energie für das Gehirn sozusagen ja können sie sich leisten sozusagen. Nächstes Großereignis Männer und Frauen werden fast gleich groß und gleich schwer hier im Gorilla Zustand ja hier auf den Bäumen waren die Männer noch doppelt so schwer für den Kampf doppelt so schwer wie die Frauen und bei uns Menschen ging das runter bis bis hin zu sogar bei einigen Kulturen auf 1,09 zu 1 also nur noch geringe Gewichts und Größe Unterschiede zwischen Mann und Frau nächstes Großereignis Verlust des Fells hätten sie es gewusst seien sie ehrlich hier diesen Bereich wohl ungefähr Fellverlust Nächstes Großereignis vor 400.000 Jahren Erfindung von Tausch Tausch Handel freier Markt und freie Arbeitsteilung hätten sie es gewusst Schluck Wasser Zimmer also vor 400.000 Jahren und freier Markt und freie Arbeitsteilung zerstören nun unsere Welt und unser Leben wie ich mache nur ein einziges Beispiel damit es nicht zu lang wird ich nehme einfach mal Corona hier der erste Früharzt vielleicht vor 170.000 Jahren Früharzt und Frühhändler und er lebt in der Welt der Wahrheit und sagt lebt nur so schön glücklich natürlich weiter dann habt ihr starke Immunsysteme und braucht mich als Arzt nicht und ich verkaufe euch auch nur gesunde Sachen naturbelassene Sachen so und dann hier nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion folgend muss es zwangsläufig zu dem ersten Früharzt und Händler kommen der sich irrt und der dann so Dinge sagt wie nein ihr könnt ruhig auch die moderne denaturierte Nahrung essen daran liegt es nicht und natürlicher Nebenstil mit viel Bewegung ist auch nicht so wichtig nein wichtig ist dass es da so winzige Tierchen gibt die wir später Viren und Bakterien nennen werden 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 und die sind die Mörder die sind das ist die einzige wirklich wichtige Krankheitsursache die machen euch krank die sind total stark und allmächtig und so weiter und die und dagegen müsst ihr meine Impfungen kaufen meine Tests und meine Behandlungen und so weiter und die Leute glauben ihm essen sich krank werden häufig krank denken dann das liegt an Viren und Bakterien die so mächtig sind der Arzt verkauft in lauter Behandlung kann hier wird durch den Erfolg zwei Kinder drei Enkel zwei Urenkel ernähren wird der Vorfahre von Drosten Bieler und Lauter Bach und schon haben und und so breitet sich diese vorteilbringenden Irrtümer breiten sich mit dem Erfolg dessen aus und werden zu den Studien Inhalten des Medizinstudiums so dass die jeder Arzt im Kopf hat und einige Ausnahmeärzte und Ausnahmepsychologen wie Bhakti Vodak Schiffmann wehren sich gegen solche Irrtümer und befreien sich teilweise davon sozusagen und nur dieses Beispiel soll genügen dass ich kann es Ihnen jetzt an jedem Teil der Gesellschaft aufzeigen dass freier Markt und freie Arbeitsteilung notwendig zur Multiplikation von vorteilbringenden Irrtümern also kurz gesagt zum Überschwemmen der Menschheit mit vorteilbringenden Irrtümern die sich als Manipulationen in den Köpfen der Menschen auswirken und das zerstört unser ganzes Leben seit 400.000 Jahren das in aller Kürze so achso ich muss wieder zurück so jetzt waren wir vor 400.000 Jahren nächste Großereignisse in der Geschichte der Menschheit Schluck Wasser Achso übrigens 400.000 Jahre das können wir vielleicht so bebildern das ist so hier ohne Fell Technik Hände aufrechter Gang großes Gehirn vielleicht 1200 Milliliter sagen wir mal Größenordnung spielt keine Rolle ob ein paar 100 Milliliter mehr oder weniger in dem Fall und so weiter ungefähr diese Größenordnung so dann nächstes Großereignis wissen sie es vor circa 40.000 30.000 Jahren sind zwei Dinge Erfindung des Geldes der Vorformen des Geldes und Frühformen Geldes also wir hier vor 40.000 Jahren sind wir jetzt und trotz der Schädlichkeit des Ganzen also trotz der 360.000 jährigen Fehlentwicklung durch freien Markt und freie Arbeitsteilung bremsen sich Entwicklungen natürlich nur langsam ab das heißt also die Menschen wurden stattlicher und die Gehirne noch größer 1500 Milliliter aber dann war die Schädlichkeit so hoch dass die Kurve ins Kippen kam und von nun an geht es nur noch bergab in der Menschheitsevolution sozusagen und also 1500 Milliliter große kräftige Menschen noch einigermaßen gesund trotz all der negativen Einflüsse trotz all dieser negativen Einflüsse des freien Marktes und der freien Arbeitsteilung nächstes Großereignis ach so da ist ja noch was da ist ja auch noch allmählicher Beginn der Entwicklung hin zu Ackerbau und Viehzucht Ja nächstes Großereignis ich habe es ja eben schon verraten Ackerbau und Viehzucht werden so vor 10.000 Jahren richtig groß und systematisch was folgt darauf direkt wissen sie es oder wissen sie es nicht die ersten Seuchen kommen auf weil Ackerbau und Viehzucht eine so die Gesundheit der Menschen so stark schädigt dass es zu Seuchen kommt die Menschen werden mickriger und kleiner und schwächlicher und das läuft ja bis heute so künstliche Ernährung Ackerbau und Viehzucht Monokulturen alles zerstört unser Leben unser Gehirn ist seitdem schon durch die vielen auch falschen gesellschaftlichen Strukturen und die ganzen falschen politischen Gegebenheiten schon abgesunken auf 1350 Milliliter wir haben also schon 150 Milliliter Intelligenz verloren und sind auf dem Weg in ein Siechtum hier müssten wir 300 also fette Menschen hinmalen in Richtung Fettheit Osteoporose Siechtum verkrüppelte Menschen die am Rollator am Ende dahin schleichen und eigentlich überhaupt nicht mehr also völlig degenerierte Menschheit das ist das was Deutschland erwartet und Europa und die Welt erwartet wenn wir jetzt nicht eingreifen mit der Partei wir 2020 sozusagen ja ja und das haben wir alles in der Schule nicht gelernt und jetzt haben wir fehlt noch eins nämlich wie hätte man eigentlich wie muss man jetzt eigentlich sowas kontern wie muss man so eine Fehlentwicklung verhindern und wieder umdrehen ja ist doch ganz klar wenn hier die vorteilbringenden Irrtümer belohnt wurden Irrtümer belohnt wurden also Fehlanreize vorliegen beziehungsweise negative Anreize dann müssen wir positive Anreize setzen damit die wahrheitstragenden Ärzte und Händler und so weiter für ihre dann vorteilbringenden Wahrheiten belohnt werden und sich dann die vorteilbringenden Wahrheiten ausbreiten und Inhalt des Medizinstudiums werden und so weiter und der gesamten Gesellschaft werden sodass dann also innerhalb kürzester Zeit vorteilbringende Wahrheiten die Welt überschwemmen und all diese Irrtümer korrigieren diese vorteilbringenden früher vorteilbringenden Irrtümer und die vorteilbringenden Irrtümer müssen sich als nachteilbringende Irrtümer herausstellen und genau das ist unsere Aufgabe und Sie erahnen jetzt vielleicht an diesem Beispiel vorhin dass der Schaden hunderttausendmal größer ist als man so denkt weil das Ganze eben nicht eine siebentägige Geschichte hat sondern eine vierhunderttausendjährige Evolutionsgeschichte hat in der sich sozusagen die Schäden und die schädlichen Dinge angehäuft haben und summiert haben und aufsummiert haben zu einem riesigen Berg der vorteilbringenden Irrtümer die unser ganzes Leben in allen Bereichen zerstört haben und dann jetzt wird es dann logisch wenn man das jetzt so weit verstanden hätte wäre es dann logisch dass ein Totalumbau der Gesellschaft hunderttausendmal wert ist als die Kosten dieses Totalumbaus weil eben der Schaden viel größer ist als wir überhaupt Augen hatten zu sehen Schluckwasser Ja das ist die Sache und dabei wenn wir die Reformen bedenken gibt es noch einen dritten Großirrtum den ich gleich auch noch ansprechen muss der dritte Großirrtum erst mal ein kleiner Irrtum noch aber erst mal der dritte Großirrtum nach freiem Markt und freier Arbeitsteilung ist der Irrglaube der völlig antivissenschaftliche Aberglaube dass jedes Kind das geboren wird dass man aus dem jederzeit ein Genie machen könnte wenn nur die Bildung stimmen würde das stimmt bewiesenermaßen nicht weil die Evolution aus notwendigen Gründen ein systematischer Ungleichheits Generator ist und eben aktiv zum Beispiel hier wir haben Menschen mit 2 Liter Gehirnen die im Durchschnitt auch sehr sehr klug sind und wir haben hier Menschen mit 0,9 Liter Erwachsene mit 0,9 Liter Gehirnen die auch durchschnittlich sehr sehr wenig klug sind diesen Aberglauben sollten wir also auch wenn wir eine Partei machen sollten wir also eine Partei darf nicht auf diesen drei großen Irrtümern gründen sondern muss diese Irrtümer durchschaut haben den Aberglauben an freien Markt und freie Arbeitsteilung und an die Gleichheit aller Kinder die geboren werden das sind die drei größten Aberglauben dann gibt es noch einen Aberglauben man könnte die Gesellschaft verändern indem man diesen unseren Milliardärskönigen Politikkönigen und Journalistenkönigen einfach vieles wegnimmt und man könne so die Probleme lösen das Problem ist nur dass diese Leute die Macht haben und die sich einfach nicht wegnehmen lassen werden und da können wir uns auf den Kopf stellen und Purzelbäume schlagen das werden wir nicht schaffen die Sache geht nur dass wir als Koalitionspartner mit den anderen Parteien den Politikkönigen mehr anbieten als sie verlieren dieses Prinzip müssen wir auch befolgen das könnte man vielleicht als den Vierten Irrtum betrachten sozusagen man könnte einfach mal so eben Politik machen gegen unsere Könige so nach dem Motto so als ob die die Macht nicht hätten und dann stellt sich leider raus in Hongkong hat sich ja auch wieder herausgestellt dass diese ganzen Demonstrationen für Demokratie oder so natürlich völlig ineffizient verpufft sind weil man kann keine Politik gegen die Mächtigen machen man muss den Mächtigen ein besseres Gesellschaftsmodell anbieten und muss ihnen zeigen dass es das für sie diese auch tausendmal besser ist als das vorherige System bezeichnen wir das ruhig als den vierten großen Irrtum also wir haben dann hier insgesamt also hier wurde verdeutlicht haben wir gerade aufgelöst den Aberglauben an freien Markt und freie Arbeitsteilung den Aberglauben müssen wir aufgeben das sind zwei Aberglauben der dritte Aberglaube ist der Aberglaube davon dass jedes Kind ein gleichermaßen ein potenzielles Genie sei und der vierte Aberglaube ist der dass man einfach so mal eben Politik machen könnte indem man den Mächtigen einfach mal eben Sachen wegnimmt sondern statt das Aberglauben sollte man sich klar machen wir müssen den auch der Politikkönigen mehr geben als wir ihnen weg nehmen ja das weg nehmen und das geben und nehmen müssen in einem positiven Verhältnis für die Politik Könige stehen sonst machen sie es nicht Sonst spielen sie nicht mit ja das war's schon mal soweit und jetzt habe ich hier noch ein paar Kurznachrichten erst ja und jetzt also ich mache das erst nur noch zu Ende also als Resultat dieser ganzen Einführung sollte ihnen jetzt klar sein dass uns jedes Mittel eines Staatsumbaus recht sein muss um aus der Welt der Fehlanreize in die Welt der positiven Anreize in allen gesellschaftlichen Bereichen überzutreten denn wenn wir das nicht tun dann bleiben diese hunderttausendfach größeren Schäden als wir dachten die bleiben bestehen werden immer schlimmer irgendwann laufen wir in Deutschland alle auch mit 200 Kilo Übergewicht rum und so weiter und sind Wracks und ja und sind im Prinzip am Ende nur noch esssüchtig alkoholsüchtig zigarettensüchtig und medikamentensüchtig ne ja dann spricht Markus Krall etwas an in der Sendung dass man eben dass eben die Manager in vieler Hinsicht gegen die Aktionäre und Eigentümer arbeiten weil Großunternehmen oft sehr bürokratisch sich entgleist haben das erinnert daran dass wir natürlich wir haben ja auch ein eigenes Angebot an Großkonzerne Angebot des Managements an Großkonzerne sozusagen und da spielen so Dinge wie eine Rolle auch in Unternehmen genauso wie in Staaten müssen wir mit positiven Anreizen die Leute dazu lenken wirklich das Richtige tun zu wollen und das geht nur indem man Vergleichbarkeiten schafft die Leistung der Einzelnen misst zum Beispiel so Grundideen wie jedes Unternehmen in zwei in Wettbewerb zueinander stehende Unternehmen aufbauen dann sozusagen die Leitungen regelmäßig austauschen sodass man immer vergleichen kann unter der Leitung welches Managers entwickeln sich die Erfolgszahlen am positivsten und wer sind die erfolgreicheren Manager und so weiter dann kann man auch noch die Top Manager sozusagen jeweils ja da kann man auch noch Vielfalt reinbringen und so weiter dann kann man überall im Unternehmen Leistungsranglisten einführen kann überall alles vergleichbar machen überall die Geschäftsführer hin und her rotieren lassen und immer wieder messen und feststellen und dann das ist auch wieder Aufwand das ist Aufwand diese diese Vergleichbarkeiten zu schaffen diese Parallelunternehmen zu herzustellen und so weiter aber das wird belohnt dadurch dass dann die Effizienz des Unternehmens um das x-fache gesteigert wird und um mehr gesteigert wird als dieser Aufwand kostet darum geht es ja letztendlich denn wir dürfen nicht davon ausgehen dass in den Unternehmen wirklich alle Mitarbeiter denken sie nur an die Mitarbeiter die die Firma beklauen nicht jeder hat ein Interesse daran dass es der Firma gut geht und nicht jeder dient dem Firmenerfolg wir müssen die Anreize so setzen dass auch wirklich jeder dem Unternehmenserfolg bestmöglich dient weil es nicht anders geht weil die Anreize ihn dazu zwingen Schluck Wasser ja also Hongkong zeigte uns ja nochmal die Sinnlosigkeit der Demos angesichts der morgigen Fridays for Future Demo das wird genauso im Sande nach einiger Zeit verlaufen wie das in Hongkong jetzt ja auch wohl im Sande verlaufen ist ja und das Dilemma ist jetzt dass Demos sinnlos sind und den Demonstranten die Intelligenz fehlt um den Regierungen ein gutes Angebot zu machen ja ich habe ja eben gerade gesagt dass wir den Milliardärskönigen und Politikkönigen ein Angebot machen müssen das besser ist für die als die vorherige Lebenssituation und da das aber die Demonstranten besonders von Fridays for Future nicht verstehen was die Next Scientists for Future da für ein sensationelles Angebot mit den 20 Reformen haben da also die Intelligenz fehlt tragen die Demonstranten also auch kein besseres Angebot an die Politiker ran und gerade deswegen kann es natürlich auch keinen Fortschritt geben in der Gesellschaft und dann ist es eben so dass die Partie 2020 jetzt für die Next Scientists for Future im Moment die einzige und vielleicht die letzte Hoffnung für Deutschland ist Ja Ja da so viel zu den Kurznachrichten und jetzt kommen wir wieder zu den Tagesthemen abschließend Ja also die Frage an Sie als Zuhörer haben Sie den Grundgedanken verstanden wie jetzt wir 2020 Deutschland zukünftig vor den Coronas und vor dem Niedergang retten kann mit in dem überall in allen Teilen der Gesellschaft positive Anreize gesetzt werden und wir unter anderem von der ersten bis zur 13. Klasse sozusagen immer wieder lernen wie die wirkliche Geschichte der Menschheit war die Geschichte des Universums die Erdkunde die Sozialkunde die Biologie wirklich verlaufen ist und sodass die Menschen verstehen was wirklich abgelaufen ist und und dann auch die Lösungen immer sehen nämlich dass wir positive Anreize setzen müssen weil sonst alles sich zu unserem Schaden entwickelt ja so und Markus Krall trotz seiner durchaus anregenden Gedanken eben mit dem Zentralirrtum und er ist halt voll von dem Aberglauben an den freien Markt und die freie Arbeitsteilung und er ist also voll von den ersten zwei Zentralirrtümern dieser vier genannten Zentralirrtümer er ist auch zum Beispiel er hat auch den vierten Irrtüm hat er wohl auch weil er will so Sachen machen wie er will im Prinzip auch den Politikern ans Leder und dabei unterschätzt er dass die die mächtigen sind und nicht er ja denn er will ja sozusagen in vielerlei Hinsicht sozusagen denen hier was wegnehmen der politischen Kaste und das werden sie sich nicht gefallen lassen wir müssen ihnen mehr geben also er glaubt also an den ersten und zweiten Aberglauben und an den vierten Aberglauben also das daran dass also jedes Kind als Genie geboren wird potenzielles Genie daran glaubt er sicherlich nicht aber er glaubt an die Aberglauben eins zwei und vier ne und das macht seine bürgerliche Revolution so gefährlich besonders wenn dann Leute wirklich auf die Idee kämen da wirklich aktiv vielleicht sogar gewalttätig in diese Richtung zu kämpfen dann wäre das gemeingefährlich ja denn das ist dann denn dieser freie mehr freier Markt würde uns noch mehr Kriege bringen noch mehr Corona noch mehr Schweine Gripen noch mehr Probleme dieser Art noch mehr Sucht und noch mehr Konsumsucht und noch mehr Leiden und ja eine noch gefährlichere Medizin und Christian Felber mit seiner Gemeinwohl Ökonomie will zwar eigentlich sozusagen die schlimmsten den bösartigen Kapitalismus beenden ja aber sieht dabei nicht dass er das größte Problem sozusagen dabei völlig ignoriert hat und überhaupt nicht wahrnehmen konnte und das größte Problem sind nun mal die massenhaft sich ausgebreiteten habenden vorteilbringenden Irrtümer und seine Gemeinwohlbilanz ist nicht in der Lage diese vorteilbringenden Irrtümer auch nur im mindesten abzubremsen also sozusagen er belässt noch so viel an dem Markt geschehen lässt er noch frei dass die vorteilbringenden Irrtümer weiterhin munter produziert werden können er korrigiert sozusagen nur an ein paar Äußerlichkeiten aber an das zentrale Problem des freien Marktes geht er gar nicht ran ja ich glaube das war es jetzt mit dieser Abend ja mit diesem ja mit diesem Nachtmagazin für jetzt Tschüssi bis bald